Mein Lieblingswein der heutigen Verkostung, 2011er Riesling Granit Trocken von Weingut Gerhard Mayer. Und Herr Mayer wird nun selbst dazu was sagen, seit dem Wein. Ja, also der Riesling Granit ist auf jeden Fall von einem Granitverwiederungsboden in Bayer. Das ist eine relativ starke Südlage. Von der Sensorik her würde ich sagen, kann man von der Primärfrucht relativ deutlich Zitrusnoten feststellen, sowie auch leicht florale Noten und im Abklang noch eine deutlich stärkere Mineralik. Ich denke, das ist sehr, sehr treffend beschrieben. Weiterhin viel Erfolg und tolle Weine im Glas für Sie. Danke, Herr Mayer. Ja, bitte.